ARD Text im Auftrag von Funk Bist du dringelandet? Ja Au Okay, ich hätte da noch ein Portal Moment, vielleicht der da Hey, ich glaube, das hat sogar irgendeine Weise so richtig, glaube ich Was machst du da? Keine Ahnung, ich hatte hier noch Portale stehen So Was machst du jetzt schon wieder? Ich habe jetzt schon wieder ein Portal eingesetzt, wo du ein Portal haben wolltest Leck Leck, 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 leck Mein Gott, ey Auf zu lecken Spiel Selbst das erst mal hochsteigen, danke Ich kann, was hast du mir angezeigt? Nichts, nichts für aus Versehen Ich brauch noch einen Laser hier Laser? Laser Hierfür Ja, da muss ich erst mal hinkommen. Das heißt, ich bin doch erst darüber hoch. Hm. Ich muss aber nicht hinterher helfen. Hey. Äh, nee, lass mal. Okay. Dann bleib ich einfach hier unten und... ...schlafe. Ähm, wie komme ich jetzt aber da hoch? Das ist die Frage. Nein. Ah, ich weiß schon wie. Ähm, Moment. Nein. Nein? Ja, doch. Schneeich. Das Ding könnte auch immer natürlich schneller bewegen. Nö. Ich bin ja zu... schnell. ...schlafe. 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 Ich weiß, dass irgendwas Sinnvolles raushauen, aber ich hau einfach nur raus, es wäre ja zu schnell. ...schlafe. Ja, da kriegst du. Warte auf ihn, warte auf ihn. Ja, vielleicht hätte ich dann noch so übrig. Wo ist er denn? Er ist noch nicht bei meinem gelben Eingang. Jetzt ist er durch. Ich will ja... ...schlafe... ...schlafe. 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 Hallo, Kubus. So. Ähm. wir müssen sehen was du dort machst moment ne das geht nicht ok ich muss auf jeden fall jetzt irgendwie darüber oder du darüber das heißt du musst ja so wie ich vor übergekommen das wird lustig ja so ist gut nein war doch schon so richtig wie es war nein 1 2 1 2 1 2 und jetzt so kommst du nicht rüber ich darüber muss da drauf oben auf die plattform so wie es am anfang hat es fast richtig ist nur weiter schweben müssen dafür doch höher höher jetzt du darfst ja muss einfach muss dahin jetzt einfach nur total normal dahin dunkelblaue das war hellblau genau klar ja das passt ja und jetzt ja ich weiß das moment ich glaube ich brauch deine hilfe warum das ist was machst du ach das mit glaswand ach nee ey du hättest dann total nach sitzen müssen und da bleiben müssen wey wieso bleibere schlau ey ich weiß ja das sagt vielleicht nicht aus wie ein glaswander das sagt also ob dann nichts wäre ein gitter ist was gitter 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 ich werde wieder hoch wie ich wieder hoch gekommen kommst du mal wieder runter ich muss jetzt wieder da hin mal wieder da ein portal setzen da und da und ja geht hoch Geh hoch! Das heißt nicht, wenn wir kuscheln, du sollst da hoch! Und ich jetzt da hoch? Äh, nein, halt das bitte da! La 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 la! La 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 la! Ähm, Moment, lass mich überlegen! Ich... Ich mach das schon! Ach, so blöd was, ich gebe mich ein Kupfiss nicht drauf! Ich hänge! Ich häng! Hallo! Dankeschön! Ähm, welchen muss ich denn nennst? Ja, rot! Ja, ja, röd! Nein, hier musst du doch gar nicht hin! Du wolltest grad sagen, wo willst du hin? Ja, das... Da muss ich hin, nicht du! Aber hey, lass so, lass so, lass so! Ja, dann kannst du jetzt da jetzt hin! Das hat ich nicht so geplant! Tja! Fail und so? Nö, viel zu! Ey! Geh einmal kurz nach unten, dann wirst du noch umgefeuert! Genau! Was machst du jetzt hier? Ja, ich warte, bis du hier sicher angekommen bist! Was machst du denn? Ich muss ja wieder zum Laser! Was machst du denn? Tja! Tja! Ich war hier spiel! Ja, nein! Ich brauch wieder den Strahl da! Bitte! Ja, so ist doch, dass ich ihn auch treffen kann mit dem Sprungbrett! So! Nein! Das war's! Mach's nochmal! Wohin? Genau! Ah! So! Brot musst du setzen! Brot hinter dir! Unter dir! Unter dir! Unter dir! Unter dir! Ja, das klappt! Das klappt! So! Nicht die Teilzeit drücken, gell? Ja! Du bist ja überlegen! Ähm! Ich mach! Warte! 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 Ich hab' den Laser! Gib' mir den Laser! Gib' mir den Laser! Ja! Ähm! Mach mal deinem Portal weg an blaues! Dunkelblaues! ja jetzt jetzt so richtig nicht ja das sollte denken gelten wird um heute ich glaube ich weiß nicht ich habe mich gesprungen nein alles ok Nein Ich hab schon gesehen Au Äh, nein, das funktioniert nicht Das Ding ist zu weit unten Hm Das weiß ich, wo sieht er da hoch? Äh, 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 äh Die ganze Aura Moment, aber vielleicht kriege ich's ja auch so hin Was soll denn das werden? Moment Lade ich da oben hin? Nein, tue ich nicht, okay, schade Ah, nee, nöööö Ich hab so das Gefühl, das wird wirklich Auch deine Portale da Wo? Oh Äh, ich kann das ja nicht mal sehen, wo du mir hin zeigst Äh, wir hängen hier irgendwie fest Geh runter da Geh runter da Und dann Weil da hinten kann ich nichts setzen Unter dir kann ich nicht setzen, weil die Wand da im Blick ist Also weißt du, lassen so Ja, ja, das ist mir bewusst Ich hab grad gemerkt Denkblockade Es ist einfach nur alles Kaputt hier und mach nicht mehr mit Okay Okay, weißt du was? Du gehst hierhin, wo ich bin und ich versuch's, okay? Okay Okay Ey, hallo? Hä? Ja Wo bist du? Wo bist du? Ja, ich, ich, ich hänge fest Moment So, jetzt Du bist jetzt? Ja, ja, ich bin im Portal hingeblieben So Und ich bin da Meine Brücke Ich muss dich jetzt zum Laser schicken, oder? Ja Wie wirst du treffen? Wie wirst du treffen? Ja Weiter, links, rechts, oben, unten Oh je, ey Nimm einfach das Sprungbrett Das passt schon Wo ist es denn? Du stehst genau drauf Fass Nein, nicht Fass 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 Ähm Moment, wait Moment Das könnte funktionieren Nee, du kriegst ihn nicht Nee Fass Aber fast Fass Hast duām Was machst du da? Ähm… Moment Ärhm… Moment Getroffen? Yep Und Jetzt? Ich bin oben, ja Ja Super Kannst du von oben meine Portale übernehmen? Also das hier und das da? Ähm, nein. Ich kann ja nicht durch Gitter schießen. Die Kamera folgt mich. Was kannst du? Nix, nix. Äh, ja, Cut und so. Okay, wir sehen uns im nächsten Mal bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.